Willkommen bei einem neuen Video. Wir sind in Ägypten und heute geht es zum Tauchen und ich bin irgendwie super gespannt und aufgeregt. Also das Tauchen haben wir uns ja schon lange gewünscht und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir überhaupt nach Ägypten geflogen sind. Ja, weil es hier eine coole Tauchschule gibt und man das Tauchen hier angeblich sehr gut lernen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen skeptisch. Es ist ein sehr komisches Gefühl zu wissen, dass ich gleich ganz tief unter Wasser bin und ich frage mich gerade, ob das die richtige Entscheidung war. Ja, aber ich werde es mal versuchen. Ja, ich kann ja immer irgendwie noch sagen, so nee, will ich doch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich freue mich drauf und was wir alles dort erleben werden, das zeigen wir euch jetzt. Und am Ende gibt es natürlich auch noch ein Fazit, dass ihr dann so wisst, worauf man achten soll und worauf nicht. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Los geht's! Guten Morgen, ein neuer Tag und es ist super früh. Es ist, glaube ich, 9 Uhr und wir gehen jetzt zum Tauchkurs. Und ich glaube, das wird richtig krass, weil wir haben gestern Abend, wir mussten auch echt lernen, ne? Es gab irgendwie so 5 Videos, die wir gucken mussten. Und auch zum Heft. Ja, und die Videos gehen jeweils eine Stunde, also irgendwie 5 Stunden und wir haben Lektion 5 irgendwie nicht geschafft, nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, ja? Aber ich hoffe, dass wir das jetzt alles eh nochmal beigebracht bekommen, weil das war schon richtig komplex, ja? Und das kann man sich gar nicht alles so merken, finde ich jedenfalls. Und ich bin echt gespannt, wie es wird. Bin ein bisschen aufgeregt, weil Tauchen ist ja schon eine coole Sache, aber auch eine krasse Sache, ne? Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also da muss man schon alles befolgen, was man beigebracht bekommt. Aber dafür haben wir ja einen Lehrer. Und ich glaube, wir fangen heute im Pool an. Und ja, Vorfreude, ihr seht's in meinen Augen. Ne, in meinen Augen sieht das nicht die Brille auf. Nein, ich freu mich wirklich, aber ich werde auf jeden Fall sehr aufpassen, dass ich auch alles mir merke, was ich so mir im Video nicht gemerkt habe. Sonst wird das unser letzter Vlog. Das ist unser letztes Video und das wäre sehr, sehr schade. Und ich glaube, wir sind nie, weil wir sind natürlich wieder spät dran. Ja, Ron ist immer ein bisschen late. Ich bin derjenige, der immer sagt, los, 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 müssen wir hier das ein und dann. Aber sonst bei wichtigen Sachen bin ich immer pünktlich. Das stimmt, aber naja, egal. Die Tauchschule ist Cinderella, Dreivind Center. Ich hätte jetzt mal Arielle lieber gerannt, oder? Stimmt. Wir werden gleich geschockt sein, weil wir mussten Tests machen. Und beim ersten Test, dann muss ich einfach mal fünf antworten. Kommt vor. Jetzt wird's kontrolliert, ja? Ob wir das richtig gemacht haben. Ja. Wann wartet du, Maximilian? Auf unseren deutschsprachigen Topflehrer. Ich bin mal gespannt. Wir haben noch so viele Kurse vor uns. Also, wir sollten... Also, wir machen jetzt aktuell die Open Water Diver. Ja. Das berechtigt uns, dass wir so ziemlich überall auf der Welt tauchen dürfen. Mit Scuba-Geräten als mit den Geräten tauchen. Es gibt noch so viele weitere und irgendwann wird Ramon mal Kurs Director. Und dann? Dann? Dann bist du richtiger Paddy King. Dann... Aber das Lustige ist, dass ich mich gerade daran erinnern kann, dass Maximilian zu mir gesagt hat, Ja, komm zu spät und wir stehen hier und der Topflehrer ist noch nicht da. Ja, es war 9 Uhr ausgemacht. Wir haben 9 Uhr 4 und... Ich weiß nicht. Also nicht, dass es mich jetzt stört, aber das ist immer das, was ich meine. Wenn ich dann in solchen Ländern bin, ich muss gediegen... Pünktlichkeit ist eine Tugend, Ramon. Aber... War mir schon klar, dass hier keiner pünktlich ist. Ich glaube, das hier sind schon so unsere Westen. Wie heißen die richtig? Ich glaube, Tarierjackets oder so. Ja. Wow. Und für was sind die da? Naja, da kommt eben die Flasche drauf. Ja? Und du hast halt all deine Sachen dran. Die Schläuche zum Atmen. Dann kommt hier irgendwo die Uhr und alles, was du brauchst. Und um sich auszutarieren. Um sich auszutarieren. Und ja, dann bekommen wir jetzt, glaube ich, gleich diese Anzüge. Ja. Und die müssen auch ganz gut passen. Ich bin nicht mehr gespannt. Sieht dann wieder bestimmt aus, als ob ich noch schlanker bin, weil die so gletschen. Aber... Wir schaffen das. So, das könnte natürlich auch... Nein, ich sag nicht, was das sein könnte. Meinst du, das wäre eine schusssichere Weste? So ähnlich. Gehaftet mit Plastik-Sprengstoffen. Ach so. Ich glaube, jetzt kommen die Anzüge, Max. Ja, die sind kurze, aber ich finde es sieht nicht so schön aus. Es sind lange. Es sind lange. Danke. Jetzt hast du ja doch einen langen bekommen. Ich komm nicht rein. Willst du dich nicht drum lieber auf die Bank setzen? Hier ist... Ich glaube, es wäre besser, wenn man nass wäre. Glaube ich auch. So. So. Sieht kompliziert aus. Er meinte, es ist viel leichter, wenn er nass ist. Aber er macht es jetzt nicht nass, weil wir ja nur probieren. Wie, das ist der einzige, den wir anprobieren. Was? Ich probiere nicht mehr rein. Ja. So kompliziert, wie das ist. Ey, ich brauche jetzt schon ungefähr 10 Minuten. Und ich habe, glaube ich, gleich keine Kraft mehr. Komm jetzt. Du kommst voran. Ja. Ich weiß nur nicht, ob das so bequem wird. Ob ich damit tauchen kann. Oder... Alle bitte auf den Gesichtsausdruck von Max Schau. Es bilden bitte pixelless. Boah, vor allem ist es richtig warm jetzt schon, ne? Ja, ist gut. Ja. So, jetzt zieh mal deinen Kinderanzug an. Ja. Achso, guck mal, der hat mir den... Ich habe ja einen Zweiteiler. Scheiße. Ich habe ja so. Yalla. Aber bei dir geht es viel schneller. Ich habe mich richtig gezwickt. Boah, das sieht aus. Ich fühle mich in die Panse. Nee, du siehst aus wie nach so einer OP. Wo du so ein Korsett tragen musst. So, I have to try this also. Yalla. Ist auf jeden Fall jetzt schon witzig. Ja, genau. Okay. Box 5 ist deine. Und deine ist... Deine Mo12. Ja. Okay. Mo12. Ja. Nein, 21. Okay. 21 oder 12. Ja, 22. Ja, 22. Ja, die sind jetzt in der Bühne nochmal. Hier liegt auch schon alles. Ja. Dann probiere ich die nochmal, okay. Machen Sie nur so. Ist das okay? Ja. Nein, das ist okay. So, 1, 2, 3. Einmal nochmal so dran. Mach mal. Schau mal, ob es bei dir funktioniert. Ist bei dir fest, ja? Musst du nicht sterben. Nee, aber ich habe so ein ganz anderes Ding. Okay. Okay. Und dann? Mach mal auf. Ah, okay. Ja. Und dann, bitte. Lenkerhahn. Philomens, hm? Halten Millimeter. Ups. Halten Millimeter. Ja. Und jetzt, wir machen Flasche auf. Machen Sie Flasche auf. Guck, nicht zu hier. Nicht hier. Immer schauen nach unten. Nein, nein, was machst du? Ab. Und lassen. Wieder. Hier zu, ja. So, Jamon, was haben wir gelernt bekommen? Wir haben jetzt irgendwie alles gelernt, wie diese Geräte funktionieren. Und das Schlimmste ist, wir werden gleich Übungen machen. Mit Wasser und teurer Brille. Mit, keine Ahnung, Sauerstoff voran, wieder weg. Und ich glaube, das wird super kompliziert. Das Blöde ist, ich habe es im Kopf verstanden. Aber ich glaube, dass es da ein paar Probleme geben wird. Und ich kann hier unter Wasser keine Frage stellen, ja? Das wird, glaube ich, sehr spannend. Hast du die Zeichen nicht geübt? Doch, aber... Zeig mal, welche kannst du denn? Na ja, das ist gut. Das ist hoch. Das ist runter. Das ist alles gut. Das ist Stopp. Ja. Und wie geht keine Luft? Keine Luft ist so. Aber das Ding ist, wenn ich keine Luft bekomme, verfalle ich so in Panik, ja? Dass da nichts mehr sattlich ist. Aber wir werden sehen, wie Frau Merkel immer sagt, wir schaffen das. Inshallah. Inshallah. So, jetzt geht's zum Pool. Da sind unsere ganzen Sachen drauf. Ja. So. 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 Tauchkurs neigt sich dem Ende zu. So kalt. Du hast schon wieder blaue Lippen, Max. So. 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 Es sieht doch ganz nett aus, oder? Ist der Bleigürtel groß genug für dich? Wow, guckt euch mal das Wasser bitte an. Er wird jetzt auch YouTube-Star. Er auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Zwei, drei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020